70 Kubik Unterboden, Beleuchtung auf, Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung und wenn die Tachon Adel schreit und ihr ganz laut schreit und der Tuning ist, not bad crime. Ja, ich bin jetzt in der Woche mit dir. Baustiel. So. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit ihrem Bruder Tim Billmann wieder am Start. Heute machen wir die Booster und wir haben was schönes zugeschickt bekommen von Els Guta Performance. Vielen, vielen Dank dafür. Einmal einen Lenker, diese Armaturen, Stage 6 RT-Bremsbeläge, eine Kupplungsglocke, ein Wandler, eine Stage 6 Sport Pro Kupplung, ein Kosotacho, was ich nicht gebrochen habe. Meldet euch, wenn ihr es haben wollt. Ein, äh, zwölf Millimeter Vergaser. Habe ich alles noch nicht ausgepackt. Eine Riemenscheibe. Stage 6 Sport Pro Bariomatik. Hier die ganzen Hülsen und Kickstarter. Und das hier habe ich gar keinen Plan, was das sein soll. Eine Mutter. Und hier, das weiß ich wirklich gar nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Einfach ein, ein Lager mit Simmerring. Ich weiß nicht mal welches Lager das sein soll. Hat er mir einfach mitgeschickt. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Ui! Ui! Ja, der sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, ne? Kann man machen. Ich hoffe, das passt direkt mit der Bedüsung. Und dann haben wir das. Dann werde ich auf jeden Fall noch den, ähm, neuen Zylinder bestellen. Jetzt auf Scooter Tech. 50 Kubik. Und dann? Ist ja schon eigentlich fertig, oder? Oder haben wir irgendwas vergessen? Dann ist ja fertig. Ja. Ach nee, wir brauchen noch Seilzug. Salz, äh, Gaszug. Ja, Gaszug. Weil der wurde abgeschnitten. Mit Eure, die verbauen wir. Das ist eine Sport Pro, die habe ich auch an der Rocks. Aber dann hat die eine gute Kupplung, das ist Baba. Und das hier weiß ich nicht. Ersatzteil. Aber ich glaube, die ist auch anders, ne? Die sieht irgendwie anders aus. Das ist auf jeden Fall fett. Fett, 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 fett. Können wir, wo ist der Block? Boah, fett, fett, fett. Ist da andersrum. Ne, ne, ist richtig so. Gut. So. Oh, jetzt brauchen wir den schwulen Schlagschrauber. Bin mir echt gespannt, ey, wenn die läuft. Schön 50 Cruisen, ey. Ich werde die behandeln wie, äh, den China-Roller. Fährt damit durch den Wald fahren und so. Nur halt nicht kaputt machen. Ah, die mag das, die kennt das auch. Ich bin jetzt auf jeden Fall, aber später was fetzen gehen lassen. Können wir machen. Das ist kein Problem. Na, das hat ja gut geklappt. Na, halt mal den Ö-Block, dass der nicht runterfällt. Perfekt. So, was ist er verbaut? Ja, natürlich Uri, ne? Sehr klar. So. Simmering. Ja, das war bei Jakob war das schlimmer. Ja. So. So. Dann zieht sie ab. Okay. Ich kann mal kurz den Bremsen reinigen. Wie gebadet. Das hier ist das, was sich bewegt nachher beim Bremsen. Ja. Das fährt mir gleich wieder ein. Wie zieht die, äh... So. Ein bisschen einfetten, Jun. So. 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 Wahrscheinlich schon ein bisschen viel, aber... Egal. Bei Bremsen... Made in Italy. Bei Bremsen, der Fährt ist immer ein Bremsen. Immer gut. Immer sehr gut. So. Und dann von der anderen Seite. So. Jetzt sind die verbaut. So rum, oder so rum, oder so rum. Ist eigentlich scheißegal. So. Stiff. Aufklappen. Und da dran. So. So. Jetzt haben wir noch einen drauf. Die sind saftig, Alter. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ist dann das geil? Ja. Nein, das ist echt gut, weil die Bremsen dann viel besser. Als die scheiß originalen Dinger hier. Die sehen auch gar nicht so schlecht aus, aber... Die waren doch nicht so schlecht. Bremsen... Echt? Na dann behalten wir die. Ja. 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 Wir haben jetzt noch nie einen Motorblock sauber gemacht. Ja. Wenn man nur dabei ist, kann man das schon immer... Ja. Ja, das stimmt. Dann machen wir wieder genau so wie es war. Haben wir dich schon mal ausgetauscht? Das ist sehr, sehr schön. Das ist richtig toll. Oh. Ja. Andersrum. Ja, ne? So. Ja. Aber jetzt geht es schon schwer, ey. Was? Ist wieder ein Wort jetzt nichtines Rote. Sie dauern immer länger. Reicht. Wenn fest ist, ist fest. Fest kommt ab. Ja, aber da nicht, Alter. Also bis der ab ist, leck mich am Arsch, da muss ganz schön viel passieren. Ich würde den jetzt eigentlich fast umdrehen. Ja, lass noch. Lass Ölpuppe ausbauen. Die Scheiße. Hier ist ja diese Kappe drauf, das ist ja Luftgekühlt, die Kacke. Nicht Wassergekühlt? Nee. So, für Alltag, glaube ich, ist sogar Luftgekühlt. Ja, geil, aber besser. Da hast du nicht so Stress. So, jetzt hast du ja Polrad, hier haben wir so einen schönen Polrad abzielen. Hier. Alter, reiß ich, der funktioniert? Ja, fest schrauben. So, aber erst die schraube ich ab. Ja, und erst mal ab. Schlagschraube. Ist das schon eine Zwölfer? Nee, größer, ne? Oh mein Gott, voll verkuckt. 15, könnte das sein. Oh, 16. Du musst doch hier das hier machen, oder nicht? Ja. Oh, 17. Ich hasse, dass die hier so oft läuft. Stopp, nein, nein. Das sind ja die, äh, nee. Alter. Nimm mal einen Schlagschrauber, mach die ab. So, raus, legst du den hin. So, und jetzt kannst du das da reinschrauben. Also hier, die Schlagrei. Die sind ja viel zu groß, das sehe ich dir. Das ist auch schon. Nein, nein. Ah, doch, geht. Ich dachte schon. Reicht schon so, oder? Ja, warte, ein bisschen, dass der sitzt. Weil, nachher kommt der da, stößt er dagegen, weißt du, du schraubst ihn in die, in die Lichtmaschine rein. Mhm. Oh, das reicht schon, ja. Da, diesen Imbus mit 4D, ich glaub, das ist der sogar. Nee, eins größer, größer. Noch kleiner. Oh mein Gott. Ja, aber dann ist das hier falsch sortiert. Ja, das ist natürlich das falsch sortiert. Ähm. Was denkst du, wo du bist, Junge? Was denkst du? Digger, das ist der, den du gerade in der Hand hast. Nein, nein, ich hab den, das ist... Ja, da gibt es zwei Stück von. Das ist genau der, der einfach genau... Eben, er... Der hier? Ja. Also, du, 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 du bist, Junge, was denkst du? Das musst du machen, langsam, warte. Sieht ganz so locker aus, irgendwie. Ja. Ja, jetzt sag mal. Oh mein Gott. Buh. Ja, egal. Halt. So, jetzt sind wir hier. Mach erstmal das Polrad wieder ab und führst du an die Dings. Mal andere Seite noch los erst. Dann kannst du aufschrauben. Der Sticker ist da locktide in der Schraube. In den Dings. Oh mein Gott. Brauch ich mir gar keine Sorgen machen, dass der Motor in die Luft geht. Ja, ne, also wir holen ihn nicht gar... Äh, 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 doch, nein, nicht. Leg den da runter. Die schwule Scheiße in den Müll. Dann kann man den da raus holen. Ja, ne, da erstmal das hier raus holen. Halt mal den Block bisschen, dass er nicht, weißt, dass ich drücken kann. Äh, dicke. Äh. Alter, was ist das für ein Fotz? Ja, eins. So. Und den. So, dann haben wir die Scheiße da draußen. Und das hier können wir auch raus holen. So. Der Rest bleibt drin, außer das Fett, das kommt auch noch raus. Ja, Alter, so sieht wie ehrlich aus. Neues Fett rein. Nein, Mann. Ach ja, braucht er ja nicht, ne? Das ist ja, die Pumper haben ja ausgebaut. Ja, deswegen braucht die Scheiße. Ja. So, haben wir das auch gemacht. Das ist auch schön, weil die funktioniert eh nicht mehr. Äh, beziehungsweise ich werde selber möchten, weil das ist immer besser, meiner Meinung nach. Außer du weißt, dass es funktioniert, aber ich hab hier nicht mal den, den Kasten gefunden. Den Ölfilter, äh, hier den Öl-Öl-Tank. Den hab ich nicht mehr gefunden. Also der ist auch schon weg. Also wird das eh nicht funktionieren. Deswegen Scheiße drauf. Können wir direkt mal gucken, ob die Schrauben hier noch fest sind. Die, die von der Welle. Wenn die lose sind, dann Mahlzeit, Alter. Das geht aber, sieht gut aus. Hält. Sollen wir heute die Motorspülung machen? Können wir machen. Dann machen wir das aber jetzt. So, Motorspülung ist wie folgt. Hab ich auf dem Scooter-Tuning-Discord mir erfragt. Einmal hier komplett alles voll, voll Klatsch mit Bremsenreiniger. Ein bisschen durchdrehen, weil man weiß ja nicht, was damit alles passiert ist. Dann auskippen, trocknen lassen und dann hier wieder an die Lager überall. Motor-Öl-Zweitakt-Mischöl wieder dran machen und dann passt das. Ähm, das werden wir jetzt tun. Dann machen wir mal so ein bisschen. Dann willst du direkt, okay. Ich glaube, ich brauche kein Bremsenreiniger. Alter, ich habe noch zwei Flaschen, Dicke. Guck mal, wie viele Flaschen hier waren. Vier, eins, vierundzwanzig. Ja, es waren vierundzwanzig Flaschen. Scheiße, Dicke. Bald müssen wir ein Bremsenreiniger. Egal, die haben so lange gehalten. Die habe ich schon zwei Jahre oder so. Also, klar, der Verbrauch wurde ja mehr in letzter Zeit. Ja, die sind doch nicht so teuer. Ja, der ist voll. Guck, hörst du das? Ja. Boah, wie schwarz das schon wird. Ach, du Scheiße. Alter, das ist doch... Ja, das ist jetzt, weil die entfettet sind. Das hörst du, ne? Aber das ist jetzt... Also, die zwei, dreimal drehen, das juckt ja nicht. So, und jetzt kippen wir die Scheiße wieder aus. Ja. Gib mal die Handspur. Das kippen wir direkt in den Mülleimer hier. Das wird natürlich eben alles verwertet. Natürlich. Aber nicht mehr bei Bregana. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir den Motorbischer auch gemacht. Sieht aber schon gut aus. Sieht schon echt viel besser aus. Guck mal, wie clean das ist. So, jetzt halt nicht mehr viel rumdrehen, ne? Öl, Müll. Machen wir gleich, weil das kann ja erstmal ein bisschen wegtrocknen, weißt du, sonst ist das Öl auch wieder direkt weg. Okay, was ist das hier? Keine Ahnung. Dann, bauen wir wieder zusammen. So, ui. Ist ja richtig schnell. Also, dann lassen wir da an die Ecke. Zack. Dann lösen sich die Bastardschrauben nicht. Weil immer Zinfunk und so, da ist es nicht cool. Ja. So, kommt der Schluck wieder rein. Genau, wo ist denn die Schluckmutter? So, da kommt der Kollege Schnürschuh wieder rein. Hier, da ist es für Kaltmutter. Okay. Jetzt ist es auf die Öffnung. Jetzt ist es dran, ne? Ja, das reicht. Also. So, Ölpumpe ist jetzt draußen, das ist gut. Motorräder haben wir auch gemacht. Ja, stimmt. Motorräder haben wir auch schon gemacht. Das ist auch Baba. Baba Lockung. Ich glaube aber von mir kriegt die auch nur das Zwei-Elektrische Öl. Was machst du? Ich wollte hier komplett festhalten. Ich denke, na... Gut. Schärsch, oh sch. Schärsch. Schärg. Digga, hat Fultz doch nicht so rumgebastelt. Ja. Digga, ich schäu, das ist so ein Prime-Sound. Kipp mal hier. Kipp mal hier rein ein bisschen. Ja, nicht zu viel, ne? Halt mal gerade. Schieb dir auch nur die Spritze einfach in. Boah. Sorry. Das kann es doch nicht sein, Digga. Boah. Ich bin so voll gewixt. Einmal ein bisschen schräg. So. Oh, scheiße. Luft gezieht. Das reicht aber schon. Hier einmal ein bisschen. Städiv. Städiv. So, so. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Boah, kackt ihr nicht in die Hose, Alter. Ja, es reicht. Ich glaube, das ist ja der hier. Ja. Digga, da noch mal. Ja, ich glaube, das ist hier wegen der... Ja, das ist... Nicht, dass irgendwelche Ater wiederkommen. Das ist nicht fest. Siehst du? Sehr gut. Eww. 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 So, das ist fertig. Das ist gut. Und jetzt sind wir hier wieder dran, bei dem kleinen Bastard. Also hier, das ist der... Ehm. Choke. Hier da oben der, Kollege. Und der Gaszug wurde auch gefickt. Der müsste hier sein. Ja. Ja. Das wurde beides abgeschnitten. Das brauchen wir beides jeweils neu. Komplett. Und dann ist es fertig. Also, das war es eigentlich. Dann haben wir alles. Hier ein bisschen Rost und so. Das gehört auch dazu. Das ist wichtig. Ehm. Bremsbeläge vorne. Hast du mal vorne gebremst? Ehm. Digga, du bist so schwarz im Gesicht. War eigentlich okay. Guck mal. Guck mal. Hey, wie kommt das denn? Ich glaube, von den Handschuhen. Schwül. Du auch. Ja, das war ein Handschuh jetzt. Ich hab's gerade gemacht. Jetzt hat es endlich ein Bart. Alter, Lava. Hä, was ist das? Das ist Angel Eyes? Kein Plan, ja. Er verdrägt eine Lampe. Hä? What the fuck? Egal, lass wer dran. Alles gut. Ist doch eine Lampe, ja. Ist eine Lampe. Und der Lenker kommt natürlich auch neu. Das haben wir ja jetzt gemacht. Das Kabel hier. Das. Das brauchen wir auch neu. Alles ein bisschen Kacke. Dann können wir direkt das Lenkkopflager nochmal einfetten, wenn wir hier schon sind. Das müssen wir auch noch abmachen vorher, ne? Ja, bevor wir den ganz abnehmen. Ja, normal mit das müssen wir doch abmachen. Das passt nicht. Falscher. Wo ist denn? Hast du den zurückgebracht? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Nur eine Bier gedrungen. Perfekt. So. Das haben wir immer noch echt. Warte mal. Fest. Ja, müssen wir aber noch los. Das kenne ich gar nicht. Daumenlenker zu verkaufen. Bei Interesse bitte melden auf eBinstagrabin. Neues Fett ist drinnen. Steht aber jetzt an der Seite, ne? Ja, ist egal. Ja. Das wird's noch irgendwie falsch rum aufheben. So, wo ist der Drosselring? Ja, hier drauf. Also, den gibt's nicht. Ja. Muftisch. Ja, dann müssen wir das eh nochmal aufschrauben. Weil die drosseln wir jetzt. Ja. Klar, lass ich drossel stehen. Schraube. So, dann passt das schon. Krass. Weil da nicht noch ein Unterleg? Die Mutter. Passt die überhaupt? Was? Die passt? Ja. Buh. Der hat jetzt Gewinde gefickt. Mit Sandstrahler. Kommen wir zurück bei Brigala Performance. Brigala Performance. Sheesh. Die dickste Brigala Performance. Pass auf, dass die sich nicht runterfällt, ne? Wir machen jetzt... Radiomatisch. F*** hier. F*** hier. F*** hier. Richtig. Die ist gefickt, Digga. Die ist richtig geballert. Sieh, sieh, sieh. Die ist richtig geballert. Halt her, sieh neu. Was machst du? Wie balten den? Was machen wir denn jetzt überhaupt gerade? Wir machen die... Diese Kupplung. Achso, das willst du machen, okay. Ich würde schon sagen. Sport Pro, Junge. Haben sie irgendwas zu essen da noch drin? Ja. Ach, nein, hast du nicht. Du Widerling. Digga, du bist so ekelhaft. Was denn? Digga, da sind irgendwie... Wie viele Mandeln sind da drin? Die sind mir alle da ausgelaufen. Die waren mal in einer Tüte in meiner Tasche. Ja, die sind schon alt, Digga. Von der Weihnachtsfeier bei mir auf der Arbeit. Die war Anfang, Anfang Zemper. Das wird leider wieder so eine kleine Kerbe reinballern. So, den Rest kann man jetzt einrechnen. Süß. Das springt ja jetzt eigentlich komplett raus, aber das ist ja eingespannt. So, habe ich hier irgendwas? Na, Hässlichkeit. Ja, das ist grad so, das wäre da so ein Tier. Ach, das Tier meinst du da? Das Tier in mir. So eine fette Schlange. Die fetzt grad dein Gesicht. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Gar keine Ahnung. 16 Uhr. Ich habe es doch gesagt. Ja, ich wusste es doch auch, aber ich habe es wieder vergessen. Jetzt hätte ich dir auch ins Gesicht springen können. Nein, es ist doch eingespannt. Ja. Und so, was ist das hier für eine Feder? Ori. Dann sagst du Ori? Ja. Wenn du das sagst, ne? Ja, dann. Dann muss das erstimmen. Dann stimmt das auch, ja. Die sind ja beide recht gut gefickt, aber die hat noch mehr im Belag und das ist ein Sport Pro. Und die gibt keine Leistung, also an Kmh so mäßig. Deswegen bauen wir sie. Mäßig? Kannst du die gleich hier draufschrauben? Oh, nein. Warte. Ja. Wunderbar, wunderbar. Bordpro-Kupplung ist drinnen. Dann kommt diese wieder hier rein. Mal gucken, ob das alles so miteinander gut fährt. Nachher mache ich die Anleiter mit Uri-Zylinder fährt, einfach 70 kmh. Achso, kannst du einmal hier draufziehen? Ja, dann draufziehen. Ja, du drauf. Ja, reicht schon. Ja, reicht, reicht. Der ist ja ganz schön ausgemogelt, ja. So. So. Schrube. Aber jetzt die Sport Pro-Kupplung drin. Vielen Dank an dich. Achso, lass noch Öl wechseln auf jeden Fall. Können wir jetzt machen. Öl, Müll. Öl, Müll, Wechsel, Wechsel. Auch 110, naja. Hab bestimmt auch noch nie einen Ölwechsel bekommen. So ist auch bestimmt richtig toll aussehen. Wie dick die Scheiße ist. Das dauert ewig. Nicht so hollig ist das. Oha. Oha. Geht das? Ja. Boah, einfach der Ingenieur. Oha, tschüss. Gut, okay, diese. Der Roller mag das. Och, dick. Ich steh überall Motoren, dick. Ja, fuck mich das ab. Hättest du vor zwei Jahren, vor drei, zwei, drei Jahren gedacht, dass wir hier an Rollern schrauben? Mehr an Feiern. Vielleicht. Vielleicht an Motorrädern, aber nicht an Rollern. Wie schwul sind wir eigentlich? Homosexual. Oh, nee, ne. Das ist im Keller, das Scheiße. Diese Scheiße. Das ist der dicke Streifen. Wo? Da. Da. Dicke Cut. Ja. Undercut. Ich hab dicke Seiten auf C4. Ich hab Seiten auf Kontostand. Seit EXC-Leuten, weißt du? Seit EXC-Projekt Seiten auf Kontostand. Wir können ja noch ein bisschen Öl reinrollern jetzt. Du gehst. Hat die Schnauze. Hier unten ist schon richtig so ein Öl-Dings. Reicht. Eine Larche. Das war ich nicht. Das war ich auch nicht. Das war die Spritze. Ähm, du. So, reicht, oder? Ja, der Rundesorn. Boah, das ist wieder so dieser Honig, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das läuft doch so lang. Ja, ja. Das ist so bodenlos. Ungefähr so läuft das da rein. Boah, komm, mach weiter, Alter. Mach weg, ey. Ja, wir haben jetzt Ölwechsel gemakt. Ölwechsel ist gedannt. Hat tausend Jahre gedauert. Ja, ja. Hier hat ein bisschen gekleckert, aber muss immer passieren, sonst ist das kein guter Öl-Würxel. Im Ansonsten. So, sonst sind wir fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Brigada. Tschüss. 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 Vielen Dank.